So, jetzt sind wir wieder bei den Holzfällern. Gut. Laufen wir mal hier unten hin. Laut Karte soll es da Wölfe geben. Ich glaube nicht so ganz dran, aber... Das ist doch hier, ist nämlich Ende Gelände. Schon was er sagt, wenn ich ihm sage, dass ich noch mehr von diesen blöden Pflanzen gefunden habe. Ja, ja, ja. Okay, er ist ein Idiot. Machen wir uns nichts vor, er ist ein Idiot. So, ich gucke, ob ich bei den Druiden... Ich muss ja nur einen Wolf mehr überschnappen. Ob ich bei den Druiden vielleicht noch ein bisschen Stress schieben kann, dass sie mir einen abdrücken. So als... Ja, ich weiß nicht, so als Pfand. Keine Ahnung. Wuff, tata, morgen. Wunsch, dass die Frau gefällt mir richtig. Genau, ich kann jetzt nochmal bei den Druiden hier gucken, was mir so... Ob der noch irgendwas... Die Leute behaupten, wir verbrennen gefangengenommene Eindringlinge in weiden Körn. Cool. Da sind ja noch Wölfchen. Das ist doch schön. Ich will was bei dir kaufen. Im Zwischen hast du nicht das, was ich brauchen könnte. Habe ich ja eben nämlich gar nicht drauf geachtet. Das hat er noch. Wölfchen, Wölfchen. Das ist ein Sinn. Ich habe doch gerade noch Wölfe gesehen. Da sind sie. Ich rasiere euch erstmal den Kopf hier. Schicht im Schacht. Wolfsvertrag erfüllt. Kann ich ja wieder zurück. Täubchen. Speicheln wir. Da kann ich ja schon sauviel abgeben mittlerweile. Mein Quest-Status tut sich langsam verbessern. Das freut mir. Warte, hängt was. Ganz kraut. Lass mal wieder querfeldein. Nehmen wir mal wieder den ollen alten Turm. Obwohl jetzt sicher auf der Karte erkenne ich jetzt endlich mal. Ach nee, es sind jetzt zu viele. Nee. Keine Lust, keine Zeit für. Oh, langt schon, dass ich mich mit denen jetzt wieder rumprügeln darf. Wer will denn hier was? Alter, mal weg hier. Komm weg, 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 weg. So, zu viel dazu. Ich habe gerne alles mit. Unbekanntes Kraut. Kommt nichts noch an. Ach, sei ruhig. Nächstes Wurz. Größe Sonnheit. Da sind wieder diese dämlichen Ziegelbrenner. Jean-Pierre, da ist er doch. Komm her. Komm her. Was geht? Ich bin endlich. Natürlich. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so... lebt wohl. Ein neuer Kunde? Kommt an Bord. Haben wir die Belohnung gehalten? Ja, 150 Ohrens. Wohin von wie Sie man... ...bringt Zeit des Geld? Ja, ja. Kannst du los? Ja. Sonst... Richtig, sonst hätte ich ihn ja wohl kaum bezahlt. Komm, kannst du es abbrechen? Jawohl, kann ich gut. Ich will zügig rüber. Muss weitergehen. Vielleicht kann ich mir jetzt ja in Visima... Ich glaube, nee. Erstmal gebe ich den ertrunkenen Totenvertrag ab. Hallo. So. Gesicht, Ratten... Sein gewichtigen goldsicherer Hafen. Nein. Der ertrunkenen Totenvertrag. Was auf der Karte folgen? Ihr seht weder wie ein Temeria, noch wie ein Redania. Ja, ich bin auch der coolste Typ, der hier rumrennt. So, was bist du? Ein dicker Kerl. Der Steg. Ich will mich nicht einmischen, aber vergesst. Ich gehe so schnell ich... Ja? Hat der einen Feuerstein für mich? Das ist ein Bernstein. Kein Feuerstein. Da, Feuerstein! Wenn er schon so dick ist, die nehme ich gerade an mich. Das sind alles nur... Wo der verschenkt werden kann. Die bringen mir sonst alles nix. Aber mit der ertrunkenen... Von der ertrunkenen befreit werden muss. Moment. Habe ich noch irgendeinen Vertrag? Nee, gell. Okay, dann muss ich vielleicht gleich noch mal den Sumpf... Wegen den Algulen. Wegen den Algulen. Das gibt's Posten. Da muss ich. Okay. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Ach, ist da ruhig. Ach, lokal. Sigi! Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Hier sind ihr... Ich muss das aufschreiben. Sie... Ich bin nicht interessiert, aber das Zeug abnehmen, tue ich ja trotzdem. Schaden... Schaden, was? Du schießt. Aber das ist nämlich mit. Könnte ich besser gebaut, als du. Das ist wie das. Die Feuersteine. Und das. Alles meins. Du Arsch! Du riesen Arsch! So. Ich hätte... Wen seid ihr eigentlich her? Ähm... Dann hat schon den Vertrag. Erste Gräbnis? Nein. Nein. Ist ein gewisschen Gold wert. So wie was er denn da oben ist, wie Valdi. Ja, solltest du wohl. Hast du aber nicht gemacht, weil du doof bist. Aus diesem Scheiß-Drecksnest hier kommst du zum Beispiel. Immerhin hat er oben. Was ist denn das? Määää. Tür zum Schmied. Jetzt sieht wie alt das Haus. Ja, ja. Ist ja gut. Aber wenn man grad schreibt. Oh, Frau ist die schreibt mir. So. Ah, den kennst du doch irgendwoher. Was für... Ich habe eine... Jäwin? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob... Gold. Gold. Ganz genau. Wenn ihr später noch ein... Einfascht. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Jäwin hat euch zweifellos welches... Gut. Das haben wir auch erledigt. Erstmal speichern. Da muss ich mal gucken, was jetzt die Abkürzung für das Tagebuch ist. Ach so, da hat er dort... Ja, das ist Journal. Ich bin so doof. So, von hier habe ich meine Informationen. Sichere Haaren. Gut. Gut, 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 gut. Also, was ist denn später bei dem Kerl? Heißt das am nächsten Tag, oder wie? Bist du fertig? Was für... Habt ihr... Ja, hier ist sie. Hoffen wir. Gut, dann kann ich jetzt nochmal... So wie du Drecksack lachst, könnte ich dir gerade voll auf die Schnauze hauen. Denn der war eigentlich recht freundlich zu mir, dieser Elf. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich muss hier runter. Ich habe jetzt persönlich nichts gegen diesen Elf gehabt. Aber stopp. Bevor ich wieder da hingehe. Waffenschmied, Antiquateur, Dorfhändler, Dorfhändler, Kräuterkundler, Schmied. Waffenschmied des Ordens. Ist mir eigentlich egal. Ich muss mal gucken, ob ich nicht nochmal eine wirklich bessere Rüstung bekomme. Das geht mir allmählich tierisch auf die Kekse. Das bei jedem bisschen abnippel. Ja, ich brauche dir etwas. Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Macht. Ja, Siegfrieds Freunde. Kaufmann, so. Herr? Darf ich mir? So. Waren her. So, das. 5000 Ohren. Weil ich mir noch keine neue geholt habe. What the fuck? Alter. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld. Ohne Scheiß. Da muss ich gerade nochmal drüber zu dem Floristen. Hoffentlich kann irgendeiner davon. Oder ist da drüben... Natürlich ist da kein Lagerfeuer. Da geht schon mal gerade ins Lagerfeuer. Ich gucke mal schnell... Ja, ja. Ich gucke nochmal schnell, was ich mir an Trinken herstellen kann. Ohne Scheiß. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das hält ja kein Mensch im Kopf mehr aus. Das ist wie ich da abnippel. So. Tränke herstellen. Bindekraut. Grundstoff für... Schwalbe. Blau, grün, lila. Weiß ich aber nicht für die Schwalbe. Aha, so. So geht das. So geht das. Das habe ich jetzt erstmal gebraucht. Jetzt habe ich nämlich wieder ein paar... Schon mal zwei Schwalbe wieder. Das ist doch schön. Zwei Schwalbe mehr natürlich, meine ich. Ich brauche jetzt eigentlich auch noch das andere. Grün scheint mir zu fehlen. Muss abgeben, muss ich gleich auch mal wieder. Gab es denn nicht irgendwo so einen Spinner, der mir das Salamanderzeichen abgekauft hat? Ne, anscheinend nicht. Ah, doch, hier. Aber wenn ich schon mal hier bin... Brennt's noch, brennt's noch, brennt's? Natürlich nicht. Ich streck mich heute Abend mit Ihnen. Was ist denn Abend? So, Mittag. Dämmerung. Machen wir mal, Dämmerung. Dann ist es nicht mehr so weit. So, jetzt haben wir Abend. Dem Schieß Salamandrazeichen ich mal loswerde. Und vielleicht auch mal ein bisschen Geld dabei für die, ne? 5.000 Euro, das ist meine Güte. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ah ja. Ich finde das ziemlich vulgär hier. Lass mich schlafen. Nein, steh auf. Ich glaube... Wein? Das ist nicht... Und war... Gepanschte Hundepisse. Ich dachte, dies wäre die... Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben... Er hat... Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein... Ihr braucht einen Krieg... Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein... Wo ist... Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt... Das kostet... Abgemacht. Ich komme um Mitte. Wo liegt... Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das... Naja, okay. Also sag ich Ihnen, die Papiere sind ein Vermögen... Sendeboote, 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 Sendeboote. Willkommen. Ich habe Gehirn. Und wenn du so... Trinkt. Na klar. Ein. So, pass auf. Dann machen wir nochmal... Speichern. Was? Ich will ein... Zehner pro Stück. Ich... Was? Sag mir... Haut ab! Hm. Haut ab! Haut ab! Super, jetzt habe ich ihn verkrault. Lass uns nochmal laden. Ich habe keinen Bock, dem 100 Euro zu zahlen. Da saufe ich lieber einen mit denen. Das wäre natürlich... Wäre viel schöner. Komm her. Offiziell den reinhauen. Na klar. Witz. Äh... Ich hatte auch recht guten Tropfen gehabt. Tafeln was... Nee. Nicht Tafeln was ab. Schwalbe. Nein. Schleifstein. Nein. Katze. Nein. Nein. Das blöde Zeug. Na komm, ich drick's einfach. Habe ich jetzt meine 100 bekommen? Was? Hm. Komm. Sag mir, wer... Haut ab! Weh. Haut ab! Boah, der will schon verkackern, der Typ, oder? Also musst du dir das richtig tisch betrunken machen, oder wie? Das eine hilft, wenn das andere hilft nicht. Also, Kollege, du trinkst jetzt ein mit mir. Trink. Na klar. So. Wo ist denn das starke Zeug? Wenig Alkohol. Komm her. Attacke. So. Und jetzt habe ich offiziell einen geschützt. Harry, was sollte das? Was? Trink. Na klar. Oh, mehr. Trink mal noch einen. Und zisch schon weg. Harry, was sollte das denn jetzt? Was? Sag mir. Haut ab! Ach, du gehst immer schon auf den Keks, weißt du das? Ich scheine noch nicht ganz so überzeugend zu sein, irgendwie. In keinerlei Hinsicht. Muss unbedingt ändern. Auf jeden Fall kann ich dem schon mal meine Salam... Also, zwei Stück? Doch. Du, gib mal her. Hm. Oh, das kann ich mir auch dementsprechend da rein. Brauche ich nicht mit mir rumzuschleppen. So, Salamantra-Anzeichen habe ich echt nicht dabei. Hm, hm, hm.